Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Im Moment explodiert YouTube ja förmlich vor lauter 7 vs. Wild Survival in a Bottle Blaschen und ich selbst habe ja auch schon ein Video dazu gemacht und ich denke das Thema ist jetzt ziemlich ausgelutscht. Wobei es gab viele kreative Ideen, also manche machen da Äxte rein, Kochtöpfe. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass irgendjemand einen faltbaren Helikopter entwickelt, den man da reinpacken kann. Und das Ganze ist halt wirklich sehr interessant und ich freue mich auch schon auf die neue Staffel. Tatsächlich ist es so, man darf halt nicht vergessen, in einer Notsituation wäre so eine Flasche natürlich ultra hilfreich, aber das Konzept der jetzigen Flasche, so wie sie jetzt entwickelt wird, basiert halt auf diese Serie 7 vs. Wild. Und wir wissen alle, wenn es da zu einer wirklich ernsten Notsituation kommt, dann brauchen die Leute bloß einen Knopf zu drücken und die Leute werden evakuiert und sind in Sicherheit. Ich persönlich gebe es zu, ich bin jetzt kein Survival-Experte und wenn ich mich vorbereiten möchte auf eine mögliche Notsituation, dann möchte ich halt möglichst viele Bereiche abdecken und das sprengt einfach den Rahmen dieser Flasche. Und genau aus dem Grund bin ich zurückgegangen zu meiner Brotdose und diese werde ich euch heute einmal vorstellen. Viel Spaß beim heutigen Film. So, kurz zur Erklärung. Auf die Idee bin ich gekommen wegen meinem Auto-Notfallrucksack, den ich vor einigen Wochen schon mal vorgestellt habe in einem anderen Video. Und diesen habe ich mittlerweile durch so ein einfaches Zahlenschloss gesichert, denn wir wissen ja, sobald Messer etc. über 12 cm Klinge transportiert werden, braucht es halt ein verschlossenes Behältnis. Und für den Notfallrucksack habe ich mir überlegt, die Sachen modular zu gestalten. Das heißt, ich habe jetzt hier mehrere kleine Dosen drin, zum Beispiel diese beiden hier. Und da sind halt zum Beispiel Elotransistor drin, dann Brandschutzsalbe, Jodsalbe etc. Auch noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel hier der Beutel für den Wasserfilter. Etwas Notnahrung ist hier drin. Aber hierum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern nur um diese Brotdose. Hier ist jetzt der Entwickler Schramm. Und davon werde ich euch heute den Inhalt genauer vorstellen. Ich hatte es gerade schon gesagt, hier auf der Dose steht halt ganz groß Schramm drauf. Das ist halt beispielhaft eine Dose. Ihr könnt da natürlich auch jede andere nehmen. Ich habe mich halt für diese Dose entschieden, weil sie eine ordentliche Größe hat. Und zwar ist sie 24 Zentimeter breit, ungefähr 18 Zentimeter hoch und hat eine Tiefe von etwa 7 Zentimeter oder fast 8 Zentimeter sogar. Das heißt, ein ordentliches Volumen. Ich glaube, das Volumen war angegeben mit 2,2 Liter, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wirklich Interessante an dieser Dose ist, mal schauen, ob man es hören kann. Das kam jetzt nicht so rüber, aber hier ist eine Gummidichtung drin. Die Dose wird also auch mit austauschbaren Ringen geliefert. Das heißt, wenn der mal kaputt geht, hat man noch genug Material dabei, um das mal eben auswechseln zu können. Und der sorgt halt dafür, dass diese Dose wasserdicht verschlossen ist. Das ist natürlich schon unheimlich geil. Und darauf habe ich extra Wert gelegt. Und die Dose selber ist natürlich aus Edelstahl. Das heißt, man könnte sie zum Beispiel auch zum Kochen hernehmen. Und ich dachte, das ist eigentlich ein cooler Nebenaspekt. Wasserdicht, zum Kochen geeignet. Perfekt. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Inhalt. Als allererstes habe ich hier drin meinen Robo. Ihr seht, der ist einige Male schon in Benutzung gewesen. Natürlich könnte man ein Feuer auch einfach so offen machen. Weil ich dachte mir, wenn die Möglichkeit eines Hobos besteht, dann nehmen wir das halt gleich dazu. Dann natürlich eine Rettungsdecke. Darauf sollte man niemals verzichten. Etwas Notnahrung. Das ist halt eine recht süße Notnahrung. Aber ein Paket bringt einen locker über einen Tag. Und außerdem habe ich hier noch verschiedene Teesorten eingepackt. Erkältungstee oder auch einfach Geschmackstee bzw. Magen-Darm-Tee könnte auch mal ganz wichtig sein. Und außerdem habe ich mir hier Kaffeebohnen eingepackt. Weniger, um jetzt direkt einen Kaffee kochen zu können, könnte man natürlich auch, wenn man sich halt einen Becher bastelt. Ich würde die tatsächlich so kauen, jetzt nicht runterschlucken, aber einfach kauen und dann ausspucken, um halt das Koffein daraus nutzen zu können. Natürlich ist hier auch etwas Kinsparn drin. Kinsparn findet man natürlich auch, beispielsweise an Wurzeln von Nagelbäumen. Aber was man hat, das hat man. Und bevor ich lange suchen muss, habe ich das direkt parat. Hier sind noch einige Brause-Tabletten. Calcium, Vitamin C, Magnesium. Magnesium ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel einen Krampf bekommt. Und das kann gerade bei ausatmenden Bergtouren schnell mal passieren. Einen Kugelschreiber habe ich hier drin, um Notizen zu machen, Kabelbinder und auch Draht. Die helfen einfach, um mal einfache Reparaturen ausführen zu können, beispielsweise wenn am Rucksack etwas gerissen ist. Oder man hat sich ein großes Loch in die Hose reingerissen oder in die Jacke oder der Reifverschluss ist kaputt. Dann kann man sich damit sehr gut behelfen. Ein kleiner Kompass, der auch tatsächlich funktioniert. Aber das eigentliche Gimmick hier ist natürlich der darin enthaltene Feuerstahl. Auch hier sieht man diese schwarze Gummidichtung. Das heißt, auch der ist wasserdicht verpackt. Und allein die Dicke des Feuerstahls, das ist ein 8mm Feuerstahl, der reicht also für mehrere tausend Zündungen. Damit kommt man also sehr gut durch eine Notsituation. Und natürlich ist auf der Seite hier noch eine Signalfeife, die einen sehr schrillen, hellen Ton erzeugt. Eigentlich perfekt, weil sich das eben von den Naturgeräuschen deutlich absetzt. Paracord natürlich. Auch hier habe ich mich wieder für das spezielle Paracord entschieden, welches zum einen diese dünne Nylonschnur drin hat, also diese Angelschnur. Zum anderen diese rote Schnur, die man hier sieht. Das ist so eine Art Brandbeschleiniger. Das heißt, die entzündet wesentlich schneller als wie das normale Paracord und kann halt als Anzündhilfe herhalten. Für den Fall, dass es Probleme mit dem Kienspann gibt, hat man hier also eine Reserve. Und aktuell ist dieses Paracord mit diesen Zusatzfunktionen schon genauso teuer wie das normale Paracord auch. Also es gibt keinen Grund, warum man das normale noch hernehmen sollte. Dann natürlich mein Victorinox Multitool. Das habe ich ja jetzt auch schon einige Male in meinen Videos vorgestellt. Es hat eine Zange, eine Pfeile, natürlich eine scharfe Klinge, einen Schraubendreher und eben halt die Zange, ein Lineal. Also wirklich das perfekte Tool, wenn man irgendwie unterwegs ist, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es Outdoor. Das ist ein unglaublich nützlicher Helfer. Und genauso das Victorinox Huntsman. Hier habe ich noch so eine kleine Brechstange dabei, wo man Sachen mit raushebeln kann. Und natürlich auch hier wieder Klinge, Zange, dann ist hier noch die Säge drin. Ebenfalls eine Pfeile, eine kleine Zange, Kapselheber und Dosenöffner. Die beiden Tools, die ergänzen sich schon perfekt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass jeder, jemand sagt, okay, du hast aber jetzt keine große Klinge dabei zum Betonen. Und dafür habe ich jetzt hier dieses Gerbermesser dabei. Es ist ein ganz einfaches, ultra leichtes Messer. Also das hat nur wenige Gramm, hat halt auch eine sehr dünne Klinge. Aber die ist halt von Vorteil, wenn man halt etwas schneiden oder schnitzen möchte. Und dennoch ist es eine Full-Tank-Klinge. Das heißt, wenn man dünnere Hölzer spalten möchte, also betonen, wie man ja jetzt neuerdings sagt, dann ist das eigentlich ein perfektes Werkzeug. Und das ganze Messer hier, das kostet glaube ich 17 Euro. Das ist mein letzter Kauf, den ich jetzt erworben habe. Finde ich mega geil. Ihr seht es hier auf der Rückseite ist noch ein weiterer Anzünder. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich den tatsächlich doppelt hier drin habe. Denn hier ist der nochmal. Das heißt, den kann ich dann ersetzen durch ein anderes Tool, was vielleicht wichtig wäre. Das Tolle hier an dem Feuerstahl ist, das hier auf der Seite ist so ein Brandbeschleuniger, der sich sehr leicht entzünden lässt und der auch unglaublich heiß brennt. Und das hat halt einfach den Vorteil, es ist viel leichter etwas anzuzünden. Und auch, ich sag mal, leicht feuchtes Holz kann man damit sehr gut entflammen. Hier auf der Seite ist halt der ganz normale Feuerstahl. Das heißt, man schabt erstmal hier auf der Seite etwas ab. Ähnlich, als wenn man Fässersticks machen würde, schabt man hier etwas Material ab, ist, dass man einen kleinen Haufen zusammen hat, dann nimmt man die Seite, entzündet den Haufen damit und dann kann man das restliche Brandmaterial darauf tun. Dann habe ich hier Durchfalltabletten dabei, Kopfschmerztabletten, eine Pinzette, den Victorinox Nagelknipser, finde ich halt unheimlich praktisch und von der Größe her so lächerlich gering. Und wie gesagt, wer schon einmal bei Natur einen eingerissenen Nagel hatte, wer weiß, wie sehr das einen ja ärgern kann und beschäftigen kann vor allen Dingen. Mit einem Nagelknipser ist das halt schnell erledigt und fertig. Eine Büroklammer, da kann man sich die unheimlich besten Sachen daraus machen. Natürlich kann man auch damit kleinere Löcher stopfen oder man kann sich daraus einen kleinen Widerhaken bauen, mit dem man etwas herausfischen kann. Zum Beispiel wenn etwas, ja gut, ein Gulli ist jetzt übertrieben, weil der Gulli wäre natürlich zu tief. Aber wenn man etwas durch eine kleine Öffnung zum Beispiel hindurch machen möchte, perfekt. Ein Tampon, auch hier als Brandbeschleuniger natürlich gedacht, weil wenn man die Watte aufbauscht, kann man die wunderbar entfachen. Ein Pflaster ist natürlich dabei, hier haben wir noch mehr Tees. Dann natürlich Gaffer-Tape, Panzer-Tape. Das habe ich glaube ich in jedem Setup bis jetzt drin gehabt, genauso wie das Paracord, weil man einfach unheimlich viel damit machen kann. Zum einen ist auch das als Brandbeschleuniger nutzbar, weil das Zeug brennt wie Hulle, wenn es einmal entfacht ist. Aber natürlich kann man damit auch kleinere Sachen kleben. Man kann Sachen fixieren, man kann Sachen miteinander verbinden. Finde ich absolut perfekt. Hier nochmal größere Büroklammern, für den Fall, dass man etwas Größeres bauen möchte. Dann hier zwei starke Neodym-Magnete. Die finde ich halt immer cool, weil man halt, wenn jetzt zum Beispiel die Situation mit dem Gulli entsteht, dass einem da der Schlüssel reinfällt, dann nimmt man halt das Paracord, macht da auf der Seite den Magneten dran und das hält richtig fest. Also da kann man schon einiges mit hochheben und auch ein Schlüsselbund wäre damit jetzt kein Problem. Dann habe ich hier so einen kleinen wasserdichten Behälter. Auch hier ist halt nochmal Watte darin enthalten. Die könnte man zum Beispiel mit Vaseline tränken. Benzin würde ich jetzt nicht machen, weil Benzin verflüchtigt sich zu schnell. Okay, wobei der Behälter ist wasserdicht, aber wie gesagt, ich würde hier eher auf Vaseline setzen oder irgendwas ähnliches. Und dann kann man es hier reintun. Sicher verschließen, sodass es zum einen vor Wasser geschützt ist, aber auch, dass natürlich der Rest der Dose davor geschützt wird und dass es keine Riesensauerei gibt. Dann natürlich eine Taschenlampe, die sollte nie fehlen. Hier habe ich mich für die LED-Lenser, ich glaube die Q4 ist das, nein, das ist die P²QC, die ebenfalls über vier Farben verfügt. Das heißt, Weiß, Rot, Grün und Blau. Grün für die Nachtsicht, beziehungsweise Rot für die Nachtsicht. Grün unterstützt ebenfalls die Nachtsichtfähigkeit, weil halt in den Augen mehr grüne Rezeptoren drin sind, als wie rote oder blaue. Das heißt, mit grünem Nachtlicht sieht man nachts wesentlich mehr, wobei das Rote aber die Dunkeladaptivität erhält. Das heißt, wenn man nachts das rote Licht anmacht, dann vergrößern sich die Pupillen nicht, sie behalten also ihre Größe dabei und wenn man das Licht ausmacht, kann man direkt wieder sehen. Bei dem grünen oder eben weißen Licht wäre es halt so, dass sich die Augen dann erst wieder an die Dunkelheit gewöhnen müssen, was so 15, 20 Sekunden dauert, je nachdem. Und wenn man darauf verzichten möchte, nimmt man eben das Rotlicht. Normalerweise setze ich immer auf den Zoya-Wasserfilter. Hier habe ich mich jetzt für den Live-Straw entschieden, ganz einfach, weil der wesentlich einfacher zum Einsetzen ist. Ich bin hier in Deutschland unterwegs. Ich bin auch meistens in den deutschen oder österreichischen Alpen unterwegs, ganz selten mal in der Schweiz. Und hier in den Bergen ist das Wasser wirklich fast schon so trinkbar. Der Wasserfilter dient einfach nur der psychischen Unterstützung, dass man weiß, okay, das Wasser ist jetzt nochmal gefiltert worden. Aber ich habe hier aus den Quellen schon mehrmals so getrunken und habe noch nie irgendwie Durchfall bekommen oder Magenschmerzen oder irgendwas. Wie gesagt, Wasserfilter dabei zu haben schadet aber dennoch nicht. Und hier ist es halt der Live-Store. Dann habe ich hier nochmal diese kleine Dose. Die muss ich kurz aufmachen. Und darin befindet sich zum einen natürlich nochmal zwei Magnete. Also ich sehe, auch hier habe ich jetzt sechs Magnete insgesamt dabei. Hier würden es ein oder zwei tun. Auch das kann ich nach und nach mal ersetzen. Aber hier ist eigentlich das Interessante. Das Angelset mit Gewichten, Schwimmer, Köder müsste man sich halt fangen. Aber so habe ich hier ein schönes kleines Set mit sehr viel Angelschnur und verschiedenen Angelhaken in verschiedenen Größen, was man halt von Not einmal hernehmen könnte. Wie gesagt, dieses komplette Setup ist halt in der wasserdichten Brotdose verpackt. Ich habe gemerkt, wie gesagt, es sind kleine Sachen dabei, die könnte ich eventuell noch austauschen. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, das ergänzt halt nur die anderen beiden Dosen beziehungsweise ist ein weiterer Inhalt meines Rucksacks. Und mir ging es dabei eigentlich darum, dass mir aufgefallen ist, okay, ich habe den Rucksack im Auto liegen, da sind unheimlich coole Sachen drin, die unheimlich sinnvoll sind. Aber ich bin halt derjenige, der halt öfter mal auf den Berg geht oder der mal in Höhlen reingeht etc. Und was bringt mir dieser Autonotfallrucksack, der eben im Auto liegt, wenn ich auf einem 2000 Meter hohen Berg bin. Also wenn ich mir da oben irgendwas tue, dann ist mein Notfallrucksack 2000 Meter von mir entfernt. Oder eben wenn ich in der Höhle verschüttet werde, dann, ne, versteht ihr? Und das Problem ist aber auch, der Rucksack hat halt ein so großes Gewicht, dass ich den nicht immer auf meinen Touren mitnehme. Also jeder, der schon mal auf den Berg hochgegangen ist, der weiß, dass er da keinen Rucksack mitschleppen will, der, keine Ahnung, 12 oder 15 Kilo wiegt. Ich habe ihn nicht gewogen, aber er ist auf jeden Fall sehr schwer. Und deswegen habe ich jetzt hier eine Dose, die enthält all diese wichtigen und meiner Meinung nach wirklich sehr sinnvollen Sachen, die ich einfach hier reinpacke. Ich kann die komplette Dose nehmen, die kleiner als ein DIN A4 Blatt ist, mir einfach in den anderen Rucksack rein schmeißen, wo ich vielleicht noch Wasserflaschen drin habe oder vielleicht noch was zum Naschen für unterwegs, ein paar Riegel oder etc., Brotzeit, was weiß ich, und packe das einfach in den anderen Rucksack rein. Und wenn ich zurück von der Tour bin, packe ich das halt wieder in den Notfallrucksack rein. Und deshalb diese Modularität. Und ich finde das einfach sensationell. Und wie gesagt, wenn man einmal sieht, was jetzt hier schon alles darin enthalten ist, dann ist man wirklich, wirklich für sehr viele Notsituationen oder auf sehr viele Notsituationen vorbereitet. Denn ich habe die medizinische Versorgung größtenteils abgesichert. Klar, wenn ich mir jetzt das Bein abschneide, dann hilft es mir auch nichts, wenn ich ein kleines Pflaster dabei habe. Aber ich finde, das ist eigentlich ein recht cooles Setup. Es ist nicht allzu schwer. Man kann es gut transportieren. Es enthält wesentlich wichtige Sachen, die halt die Überlebenszeit deutlich verlängern können. All das, was hier liegt, wird einen Kaufpreis haben. Wobei, ich muss dazu sagen, die beiden Victorinox-Tools waren, glaube ich, von all dem hier das teuerste. Die beiden, die kosten zusammen schon etwa 150 Euro. Lässt man die beiden mal weg, hätte man immer noch das Gerbermesser dabei. Dann hat man hier ein Setup liegen, was wahrscheinlich unter 100 Euro kostet. Mit den beiden Artikeln dazu ist man halt bei 250 Euro ungefähr. Dafür hat man halt eine sehr breite Palette mit der man wirklich, wirklich gut ausgestattet ist. Wenn die Dose dann gefüllt ist, hat die ein Gewicht von etwa drei Packungen Milch, würde ich mal sagen. Also ungefähr drei Kilo. Das ist natürlich schon etwas Gewicht, wenn man auf den Berg geht, etc. Aber drei Kilo für die Sicherheit, denke ich, ist absolut im Rahmen. Wie bereits jetzt einige Male gesagt, das ganze System ist halt modular aufgebaut. Hier habe ich halt die anderen Artikel mit Jodsalbe, Brandschutzsalbe, etc. Hier habe ich halt noch eine Karte, die zumindest hier die nähere Umgebung zeigt. Etwas mehr Notnahrung. Nochmal Rettungsdecken, die einfach dazu dienen, vielleicht schnell ein Tarp aufbauen zu können. Hier habe ich einen größeren Wasserfilter dabei. Dann habe ich hier natürlich noch einen kleinen Titanenbecher dabei, mit dem ich mir ebenfalls schnell Wasser abkochen kann. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Inhalt des Rucksacks eingehen, weil der eigentlich gar nichts mehr zum Thema beiträgt, beziehungsweise nichts damit zu tun hat. Nur mal um zu zeigen, was jetzt aktuell drin ist. Also hier habe ich jetzt noch eine Säge dabei, ein Halublech, was man halt als Windschutz nehmen kann, wenn man ein Feuer macht. Mein SC6, eine Signalknappe, eine kleine Axt ist noch hier dabei. Deshalb kommt der Rucksack halt auf ein sehr großes Gewicht, was ich halt nicht immer mitnehmen kann. Es ist halt gut, das als Sicherheit im Auto dabei zu haben, aber gerade so für Wandertouren, etc. ist das halt einfach ungeeignet, weil es einfach zu groß und zu schwer ist. beziehungsweise das war ja noch lange nicht alles, weil auf der Seite hier, ich kann das mal kurz hochklappen, wenn ihr das sehen könnt, hier ist so ein Netz, da sind auch noch Sachen drin, also auch noch einige weitere Artikel, wie nochmal ein Erste-Hilfe-Kit und einige speziellere Sachen. So habe ich mir jetzt diese Modularität aufgebaut. Das Ganze passt auch tatsächlich, ich zeige euch das kurz. Ich kann also einfach meine Schrammdose hier reinpacken, dann kommt halt die erste dieser Dosen hier drauf. Der Rucksack ist schön tief, das ist halt ein Katar-Motorucksack, das heißt, der ist eigentlich auch für Objektive und sowas gebaut worden. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die zweite Dose noch sicher reinpacken, das Ganze verschließen, schon ist das Ganze wieder ordentlich verpackt. Dann noch mein Blast dran, damit es auch da keinen Grund zum Meckern gibt, wenn ich mal unterwegs von der Polizei angehalten werde. Schon ist das Ganze sicher verpackt, verschlossen, also geschlossene Behälter. Kommen auch nirgendwo anders dran, weil es hier keine seitlichen Zugriffe gibt. Das ist halt mein modularer Auto-Notfallrucksack. Und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Lösung. Entschuldigt bitte, dass ich zum Ende hin etwas vom Thema abgeschweift bin, weil eigentlich ging es sich ja nur um diese Brotzeitdose, aber ich finde dieses Setup, dieses Rucksack mittlerweile so cool und auch so vielseitig, weil man einfach so viele Bereiche davon erschlägt. Und ich wollte euch einfach daran teilhaben lassen, weil auch ich habe natürlich in der Vergangenheit von anderen YouTubern profitiert, die halt ihre Sachen vorgestellt haben, sodass auch ich meinen Rucksack immer weiter verbessern konnte. Und ich dachte mir, dieser kleine Ausblick, der interessiert euch vielleicht. Und wie ihr sehen könnt, es passt in diese Brotzeitdose, worum es in dem Film eigentlich ging, natürlich wesentlich mehr rein, als wie in diese Nalgene-Flasche. Wobei, wie gesagt, ich finde das, die Idee für die Serie, für Staffel 3, finde ich ultra gut. Und ich hoffe, dass die Teilnehmer geschickt Sachen einpacken, dass sie trotzdem viel bauen und basteln werden da vor Ort. Und nicht, dass es dann wirklich darum geht, am ersten Tag wird halt schnell eine Hütte aufgebaut und dann wird man 13 Tage lang da rumliegen. Um Gottes Willen, wenn sie das 14 Tage lang schaffen, trotzdem den allergrößten Respekt. Aber schauen wir einfach mal, wie die Staffel werden wird. Für mich ist es halt wichtig, dass ich halt einige ordentliche Werkzeuge dabei habe. Dann habe ich natürlich noch einiges dabei für kleinere Verletzungen, Verletzungen gegen Kopfschmerzen, gegen Durchfall, sowas alles, ein Wasserfilter erst dabei, ob ich den brauche, ist eine andere Geschichte. Ich denke, dieses Setup ist für meine Verhältnisse hier in Deutschland recht gut gewählt. Ich könnte einige Tage damit überleben. Wobei, man muss natürlich immer daran denken, in einer Notsituation entwickelt der Mensch unglaubliche Kräfte. Ich meine, das hat uns die Vergangenheit gezeigt, nicht nur bei den ganzen Kriegen, wo die Menschen ohne Nahrung und Flüssigkeiten tagelang überlebt haben, sondern auch bei Katastrophen wie zum Beispiel bei Erdbebenkatastrophen sieht man es immer wieder, dass Menschen nach drei, vier, fünf Tagen da gerettet werden. Es gibt natürlich auch außergewöhnliche Fälle, wo Menschen nach 28 Tagen nach einem Flugzeugabstoß irgendwo im Dschungel wiedergefunden wurden, die noch gelebt haben. Aber ich will es natürlich nicht in die Extreme treiben, sondern möchte einfach viele kleine, ungünstige Situationen mit dieser Brotzeitdose erschlagen und mich halt davor schützen, in dumme Situationen zu kommen. Aber klar ist natürlich, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann könnte man auch mit wenigen Artikeln wahrscheinlich überleben. Es wäre halt dann nicht so angenehm. In dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr auch mal kommentieren, was ihr vielleicht anders machen würdet. Oder ihr könnt mir auch gerne andere Videos empfehlen, wo andere YouTuber solche Dosen, Packs zusammengepackt haben. Zum Beispiel Max Level EDC kenne ich aus Amerika. Der macht immer alles in so kleine Fischermansdosen und so rein. Finde ich ultra geil. Das sind halt perfekte kleine Helferlein für den Alltag, sei es jetzt im Büro, sei es auch mal Outdoor. Für mich muss es halt das größere Kaliber sein und damit bin ich ganz gut abgesegnet. In dem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.